Hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 8 mit mir, dem Maddin, mit meinem Bruder, den Donut und Melli. Wir fahren heute zu dritt und wir spielen heute Mario Kart. Oh nein, ich fahr Link. Warte mal kurz, ich muss mal kurz mein Headset runterdrehen, ein bisschen. Wir dachten mal, wir fahren heute gegeneinander. Link wird das machen. Ja, klar, das stimmt. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich zuletzt schon auf Zelda angespielt habe, habe das so ein Let's Play gemacht, aber mir ist die Aufnahme abgeschmiert. Ist nicht so schlimm. Ja, mein Festplattenspeicher wollte nicht mehr, obwohl ich vorher geguckt hatte und erst genug hatte. Und da meine Aufnahme doch gemeint hatte, liegt mich doch am Arsch. Und deswegen werde ich nächstes Mal den Anfang leider nicht zeigen, aber das habt ihr wahrscheinlich schon bei anderen Let's Playern gesehen, den Anfang. Deswegen werde ich euch mal mitten drin was zeigen. Ich werde dazu wahrscheinlich kein Let's Play machen, sondern einfach nur mal so ein Einblick. Oder schreibt in den Kommentaren, wenn ihr auch ein Let's Play, so wie du das neue Slash of Zelda Breath of the Wild sehen wollt. Let's war ein bisschen lang, aber ich weiß nicht, ob ich mein Festplattenspeicher bekomme. Ja, oder externe Festplattenspeicher. Ich hole mir keine Switch! Ah! Noch gleich später. So, hast du 400 Tappel? Was? Alter! Ich hasse super! Alter, ich bin zweiter! Ich bin zweiter! Alter, warum ist die Steuerhundung? Ich bin zweiter! Alter, warum ist die Steuerhundung? Elfer! Okay! Ha! Yay! Nein! 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 Manni, wird es rocken! Weißer Floh, Knochen ist rocken, wird es rocken! Ich bin auf dem Ersten! Du hast doch nicht die ganze Zeit gemacht! Ja, ich bin Erster, Bitches! Ja! Ja, du hast doch das beste Stinger! Das ist vom Knochenboden eigentlich nicht ganz so! Du hast die Mehrheit gehabt! Du hast das mit dem Fett! Ja, ich gucke noch den UiU Pro Controller holen wir auch noch! Dann kann ich mal das Geld verletzen! Ich fange mal mit dem Fett! Kann ich anders! Warum? Du musst drunter reden, sonst hilft man dich nicht! Ich glaube, wer hätte da 100 einstellend sollen! Äh, halt, 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 halt! Nee, letzter Fassbücher! Ich hab ja gesagt, ich hab Mario Kart! Das ist Scheiße! Nein, das ist Xbox-Controller! Wie willst du auch mit Xbox One-Controller auf Wii spielen? Naja, hätte man machen können! Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Microsoft, das andere ist Nintendo. Das geht nicht. Warum nicht? Meins nicht geht. Warum nicht? Das musst du die anderen fragen alle und nicht mir. Nicht? Mir ist mir wurscht. Das kann man doch so machen. Nein, das geht nicht. Nein, das geht immer noch nicht. Oder will das Programmieren, Mann? Ja, sag das den Programmierern und nicht mir. Aber es war für cool, oder? Ja, klar, dann kannst du auch gleich den Playstation-Controller gleich an den Xbox anschließen. Ja, Universum-Controller. Ja, Universum-Controller, genau. Alles war alles. Da steht da Microsoft drauf, Sony drauf und dann steht da noch Nintendo drauf. Ist doch nice. Ja, wäre geil. Dann würde sich jeder nur noch den Controller holen, das andere wäre alles überflüssig. Dann müssen die nie wieder eine Konsole mit dem Controller machen. Ey, Leute, ich schwör mal, ich kann es nicht so voll eh nicht, oder? Ja, wo? Verpisst euch alle ihren Lichtskönner. Ja, da ist ja gerade der auf Letztes, ne? Nein, auf Letztes. Das ist besser. Oh, wie geil. Meldung. F- Vogel. Wuhu. Nein, nicht sand. Und ich hab schon diese Letztes auf Zelda angespielt und es ist mega awesome. Wieder sorry, dass mir die Aufnahme abgeschmiert ist, aber naja. Was geht's immer? Kann ich ja auch noch ein bisschen wie ich sage, wenn ich das nicht wiederum bin. Nein? Nein, das habe ich ja noch nicht gespielt, aber da war ich einfach ein bisschen wiederum. Ah, nein, in der Aufnahme war ich wie stoned, ey. Ah, nein, da war ich ein bisschen wie ein Crack und so. Das ist fantastisch. Ah, nein, du, was? Ah! Hey, what the fuck are you doing, man? Ah, was? Ah, was? Ah, sie blasen. Ja, sie blasen. Ja, ja. Boah, ich werde einfach, ich werde einfach wappen mit den Bands. Ja, ich kriege mir leider kein Gelb. Ich und mein Holz. Wuuuuhu. Ist die Holz nicht von dir? What the fuck? Ich kann sie diese Teile, ich kann sie diese Sandteile. Jawoll, die geht nicht mehr. Dieser Moment, wenn man beim Crushen war halt. This moment when you are hungry. I'm hungry. Nein, diese Scheiße. Was für Rauchi? Was für Rauchi? Was für Rauchi? Busten. You are a Barbie Girl in a Mario World. Ja, jetzt. Guys, was lauchiert da? Nein, das ist nicht super Mario. Ich hab gedacht, das könnte klappen. Oh ja, easy. Warum gibt die alle so viel Gas nicht? Ja, das ist einfach nur ein Schlumpfloch. Stopp! Mann, was ist das für eine Scheiße? Fick dich Mario! Keiner Winkluss! Ja, die Winkluss. Ja, die Winkluss. Ja. 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 In die Ecke Junge! Picksal! Nein! Nein! What are you doing? Ich hab' hochgezogen diesen Scheiß-Controller. Ja, du weißt auch schon wie es damals war. Mit Mario Kart für die Wii? Ich glaub die Beute lief, aber ich hab's ja so lang gemacht. Wir können auch mal drei gegeneinander machen. Ohne komm, ich bin drei gegeneinander. Mann, du Fotze! Hey, du Fotze! Noch ein Wacken, bitte. Einmal Wacken! Nein, legen wir das Wacken. Oh, Link ist da! Oh, Link! Ja, ich bin eh voll hin. Okay, ich hab auch mal besser. Ja, vor allem mit Smash Bros. einfach nur Spam. Ja, ich bin Fünster geworden! Ne, Mati, das Spiel muss ich wiederholen. Das muss ich mal vom Kollegen wieder ausbauen. Das ist richtig nice. Ja, ja. Ich hab ja bald Geburtstag geholt. Hab gehört, du schenkst mir die Nintendo Switch. Ja, alles klar. Ne, Mati, klar. Mati, lass das Mikrofon in Ruhe. Uuuuuh. Ja, Papa Bica. Ja, guck mal ob du das Mikrofon immer noch tust. Immer Papa Bica! Hallo! Ja, ich muss dir machen. Mich nicht ablenken. Sorry, du Model. H-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Ich hab keine Batterien hier. Ich hab keine Batterien, deswegen ja. Hast du hier mein echtes Baby, ne? Wo ist hinten hier die Batterien? Wo kann man denn denn abstellen? Es gibt keine Batterien. Ja, haben die mal gehabt. Ich hab voll im Ohrbum jetzt. Was soll denn das? Wo war Max Geburt aus dem Paddy wahr? Ja. Nein, der Banner. Lieber, drück dir meine Banner an. Hey, ey du Neger. Was hast du für mich nicht gesagt? Du darfst nur abfragen, ich kann das sagen. Ha! Geil! Melli, lass das Mikrofon in Ruhe. Ich komm da immer gegen, das ist der Ständer. Ja, mach das nicht. Wenn der Ständer da rum. Der arme Ständer. Ey! Einer meiner Kollegen kommt aus Ständer, also in Kasachstan. Und ich hab das erst mal, als er das mir gesagt hat, hab ich erst gedacht, was? Ständer? Standal. Ständer heißt das. Das ist eine Stadt in Kasachstan. Und nach Russland. Also, wenn ich immer mit dem Zug nach Kakris fahren, dann gibt es auch die Marke. Oh doch, nicht Kasachstan. Ups, hab ich vertan. Ups! Ja, 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 ja. Da hat man ja auch mal gesagt, wie da sagst du was im Kack? Ja. Oh, ich hab mich vertan, doch nicht Kasachstan. Ups! Sorry, guys. Ich hab mich voll vertan. Ich hab noch mal, der da ist. Oh, Stendal. Ups! Ich komm zu, der Nigger! Genau, genau, jetzt weiß ich wie das war. Er hat mal in Stendal gewohnt. Ja, genau, da hat er mal gewohnt. Ja, genau, da hat er mal gewohnt. Sorry, guys. Also, in Kasachstan gibt's aber nicht. Stendal, da hab ich mich voll vertan jetzt. Da hab ich jetzt ohne das Brain-Lack gehabt. Ich hab kein Lü. Und? Ups! 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 Ich hab viel Brain-Lack gemacht. Melli, die kurz abzuziehen. So früh einfach. Und auch vor Florian. Jawoll, du! Was kriegst du? Ja! Jetzt krieg ich einen Kuss. Komm mir einen Kuss. Ah, ih, diese Liebe. Ah, ih. Scheiße! Ah! Voll schlecht in dem Spiel. Ich hab mich verzahnt, das war ja gar nicht ein Kasachstan. Ups! Brain-Lack! Und da hab ich immer gedacht, als er mir das... Ja, ja. Das ist ein bisschen Magdeburg. Und als er das mir gesagt hat, hab ich sofort an Stender gedacht. Ja, weiß ich. Ich dachte, warte kurz. Stender? Ne Stender! Das sind doch alles Strecken. Ich mag's nicht. Kennst du doch alle vor schon. Nein! Das sind die normalen Standardstrecken. Es gibt doch noch die DLCs. Gibt's auch noch. Du bist der Apfel. Na, ich bin auch einer. Melli! Da haben wir ein Mikrofon! Dann hat das Ding... Das Ding... Das Ding... Hier gibt's aber... Genau die... Hier hätten wir als Charakter... Äh... Als Fahrer halt die Knochen-Trocken anbauen. Ja, wenn der Stender... Nein! In Mario Kart 8 gibt's keinen Knochen-Trocken! Martin! Voll immer den Scheiß! Haben wir das letzte Mal noch Knochen-Trocken-Spieler? Nee, dann fahr so, dass du den Stender nicht trifft. Hä? Das war Wii-Version. Es gibt nur Cooper und so. Cooper und... Demi... Ach, Lakitu mal. Wer fickt mich mal von hinten ein? Was sind das für Rühe? Ach, ich hab dich weggefickt. Ach... 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 Münzen! I hate Münzen! Ach, Alter! Belly! Alle brauchst'n Püff! Ah, ihr Schokostückchen! Schokostückchen? Na, du Schokostückchen! Ich fahr jetzt mal anders lang. Ich weiß noch... Hoppen! 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 Nee, nee, mein Ding macht mir alles vor. Ah, das hat's nicht lang. Mann, nee! Bitte, der arme Ständer! Hat Flomisch gebrutzelt? Hat Flomisch gebrutzelt? Hat Flomisch gebrutzelt? Richtig, der botzt noch. Ich war jetzt langsam. Ich weiß noch, wo... Ich weiß noch, wo... Ich weiß noch, wo... Wo wir damals mal so Cut gespielt haben, in einer Batterie-Eiskalt ausgegangen sind und wie die angeschoben waren. Jaaaa! Ich lief... Ich lief... Ich lief... Ich lief... Ich lief... Ich lief die an... Mal an... Hätte ich damals mal Smash Bros aufgenommen, ne? Die Gäste, die haben Spam. Ja... Spam. Ich und Max spielen 3DS erst mal zusammen. Und mal, denen wird das Kammer rocken. Ja... Ich hab jetzt noch Chip mit dem... Nee, dann... Ich könnte eine nicht sehen. Nein! Mein Rollenabzähl! Das ist ein Träger! Meine roten... Ah, ihr Noobs! Na und dafür bin ich in anderen Spielen besser als die... Zum Beispiel? Also kaufen die nicht! Ha 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 ha! Ja... Sarkastisches Lachen, Leute! Ja, mh... Klar! Ja... Deshalb bin ich in WoW besser... Oh, WoW! In CSGO! Ja... Ja... Und in Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. erst recht nicht! Nein! Smash Bros. erst recht nicht! Und Call of Duty kannst du mehr! Hab ich mal gesehen! Ja... Ja... Ich bin... Ich bin mit auf dem sechsten... Knochen-Focken! Wenn das einfach... Walken! Der Spruch ist... Langweil! Doch, es gibt noch einen Knochen-Focken in der Bowser... In Mario Kart... Knochen-Bowser ist was anderes als Knochen-Trocken! Das ist der Sackle-Kähne! Ich meine... Das ist ein Ohrenstöpsel! Nein, das ist ein Dildo, weißt du? Ich meine, es gibt noch einen Knochen-Focken! Nein! Knochen-Bowser wird... Aber Max hat's jetzt mal gespielt! Oh, labern wir nicht... Oh! Der hat sagt Kino gespielt, du Arsch! Nein! Die gibt's in der Wii-Version, du Arsch! Der gibt's einfach OCH! Den gibt's nicht in der Mario Kart 8-Version! Der wird jetzt einfach... Ech... Er wird jetzt einfach OCH! Der wird sterben! So, wir stehren! Digga! Hallo, seh immer diese Wörter hier. Da sind das Video gesperrt. Schön und klar. Da muss ich nicht fahren, Freunde. Da komm ich dich nachts heim suchen. Alter, was ist hier los? Wenn hier und so ist... Wenn hier ist toll, oder? What the fuck? Hier ist mein Babi-Kön. Kaufe dir eine Babi-Kön. Eine Babi-Kön. Und das erste Mal, der will nicht da runterschmeißen. Oh, lol. Hey, guck mal, da kommen sie alle. Und Madin ist unterwegs. Hey, da hast du juckt. Hey, du Liga, wer war das? Wer? Ein Mikrofon. Das muss toll sein. Und man ist so... Und man ist so... Arschgeig, ey. Warum willst du ein Holzgedeck-Fisch? Mein Gott, Alter, ihr Ratchet wieder, ey. Hey, diese Scheißpflanzen! Berger nicht die Pflanzen. Berger nicht Astrozen. Auf geht's los. Komm schon! Ich muss Erster werden. Ich bin siebter. Wir sind siebter. Ich muss erster verzeihben. Was hältst du es nasschen? Was hältst du denn da? Was ist die Danube? Was hältst du denn da? Warte mal. Ich krieg den Ufer, ist die Dinger dann ab. Münze, ich krieg auch Einzug! Eine Figuren kriegt, glaube ich. Habt ihr das gehört, Leute? Das habe ich auf der Aufnahme. Das ist jetzt... Der war jetzt super. Bärmalte! Und... Just rain, bitch! Vom ersten zum letzten! Ich bin Fünfter! Fünfter! Und wir sind Florin oben sehen, musst du die Tabellen rennen! Guck mal, kannst du jetzt das Fünfte? Oh, das war das Rennen, meine ich, oder? Und wir haben... 4 Minuten! Ich hab auch 5 Minuten! Ja, war das mal eine kurze Runde, oder? Da war's das! Aha, nice! Aber sollen wir noch ein Rennen hinterher stecken auf zwei Runden? Mama! Ja, genau, dann... Ich brauche das halt! Ich brauche den eigenen! Und da gebe ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen! Schaut rein, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ich brauche den anderen, bis zum nächsten Mal! Bye- Bye- Tschüss! 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 Das ist toll hier!